Die Freiheit will ihr Land zurück. Freiheit bedeutet, dass Menschen sich ausprobieren und ganz neue Wege beschreiten dürfen. Unbürokratisch, kreativ und technologieoffen. Vor allen Dingen mit der Unterstützung eines modernen Staates. Es wird höchste Zeitung. Freiheit bedeutet, dass Mittelständler und Handwerker mehr Zeit beim Kunden und an der Maschine verbringen, als mit steinzeitlicher Zettelwirtschaft. Freiheit bedeutet, dass staatliche Eingriffe in Grundrechte immer verhältnismäßig sein müssen. Freiheit bedeutet, entlasten, entfesseln, investieren. Freiheit heißt, modernste Technologien zur Energiegewinnung einzusetzen, um unseren Planeten, unser aller Leben zu schützen. Freiheit bedeutet aber auch, dass sich die Menschen den Weg zu diesem Ziel selbst aussuchen dürfen. Freiheit bedeutet, dass sie nicht mehr als die Hälfte des Jahres nur für Steuern und Abgaben arbeiten. Freiheit bedeutet, dass Millionen ehrenamtlich aus eigenem Antrieb Verantwortung für sich und ihre Mitmenschen übernehmen. Freiheit bedeutet, die weltbeste Bildung zu erhalten, um selbstbestimmt leben zu können. Vielleicht auch ein Unternehmen zu gründen. Der Mittelstand ist unser Rückgrat. Freiheit bedeutet, die Digitalisierung und ihre Geschwindigkeit zu nutzen, um schneller voranzukommen und im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Die Freiheit unserer Kinder und Enkelkinder erfordert es, unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten, Klima und Umwelt zu schützen. Ich kämpfe, damit sie in Freiheit leben können. Untertitelung des ZDF, 2020 ratz-ESDF, 2020 Vielen Dank.